Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Es wird mal wieder Zeit für eine Folge Projekt Brot und Brötchen. Und dieses Mal ist die Folge relativ unspektakulär. Ja, ich habe hier ein Mohnbrötchen, schon wieder, und hier habe ich ein halbes Camembert. Das Mohnbrötchen mache ich erstmal auf. So, das Mohnbrötchen ist offen. Nun nehme ich das halbe Camembert und packe es auf das Brötchen rauf. Und fertig ist mein Camembert-Mohnbrötchen. Und zu trinken gibt es Gönner-Chi, und zwar die Sorte Kaktus-Cake. Vorhin habe ich eine Dose Gönner-Chi-Aktik-Eis getrunken. Und ich kann euch sagen, warm schmeckt das überhaupt nicht. Also, warm würde ich das auf jeden Fall eine 2 von 10 geben. Da dreht sich ein echter Wagen um. Mal schauen, wie Kaktus-Cake warm schmeckt. Also, ich muss sagen, von Aktik-Eis, ungekühlt, ist mir immer noch ein bisschen kotterig. Also, auf jeden Fall ist Kaktus-Cake besser warm zu trinken. Also, warm würde ich es eine 5 von 10 geben. So, jetzt beiße ich erst mal in meine Mohnbrötchen mit Camembert rein. Auf jeden Fall sehr lecker. So, das Brötchen werde ich gleich mal, nachdem ich das Video beendet habe, gemütlich aufessen. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.